Die Junkie-Cookie-Sorte Lemon Cake klingt nach einer sehr erfrischenden, sommerlichen Kekssorte. Die mit einer zuckerfreien weißen Schokolade überzogenen Kekse duften leicht nach Zitrone. Sobald man den Keks durchgeschritten hat, intensiviert sich der Zitronengeruch. Die Konsistenz des Keksboden ist super knusprig, die Creme Oberbei fein cremig. Dadurch, dass der Keks mega knusprig ist, hat man das Gefühl, wie wenn man gerade ein Produkt isst, welches frisch aus der Produktion kommt. Die obere Schicht ist leicht cremig. Es schmeckt zuerst nach weißer Schokolade, sahnig und nach Vanille. Im Abgang kommt dann nach und nach eine feine, leicht süße Zitronennutter mit dazu und ist nur ganz minimal bitter. Was mich persönlich jetzt nicht unbedingt stört, denn Zitrone an sich ist ja ansonsten viel bitterer, aber hier kommt es eher süßlich rüber. Die Kombination aus weißer Schokolade mit Zitrone passt auf jeden Fall perfekt zusammen. Und ich finde, dass diese Junkie Cookie Sorte wirklich eine erfrischende Sommersorte ist.